Hallihallo und herzlich willkommen liebe Leute zu einer neuen Folge dann die Gaming Recap Folge 345 diesmal nicht wieder vergessen wie beim letzten mal also vor zwei Wochen quasi Leute willkommen zurück Folge 10 im LS22 dem Platinum Expansion Let's Play hat wieder eingeschlagen das kam ziemlich gut an freut mich natürlich mega dass LS immer einfach einfach gut zieht ja es macht macht Bock es hat auch Bock gemacht diese ganze Staffeln immer zu drehen ich weiß gar nicht das ist jetzt glaube ich die dritte Staffel und ich bin jetzt nicht sicher habe ich jetzt fünf oder sechs Staffeln ich glaube fünf Staffeln sind insgesamt sind sechs Staffeln ich weiß es gar nicht mehr kann ich da habe ich das gerade offen hier schauen wir mal kurz nach laufende Projekte Landwirtschaft Simulator insgesamt sind sechs Staffeln stimmt die Staffel hatten auch noch zwischen jetzt aktuell läuft eben Staffel 3 Staffel 3 ist Gott nicht was ist denn hier nach Größe nach Name wollen wir sortieren Staffel 3 hat jetzt nicht so viele Folgen Staffel 4 hat mehr Staffel Staffel 5 hat richtig viele Folgen richtig viele Folgen es kann auch sein dass ich Staffel 6 vor der Staffel 5 bringen und die Staffel 6 hat wieder so viele Folgen wie Staffel 3 ein bisschen mehr ein bisschen mehr als Staffel 3 ein bisschen weniger als Staffel 4 also so wir sind auf jeden Fall noch gut bedient aber ich sag's euch LS immer wieder geil und wie gesagt das war auch eine richtig coole Platinum Expansion Map haben wir ordentlich Gas gegeben der Marina so nicht deswegen bleibt da dran macht nämlich auf jeden Fall Bock Hermicraft Geoguessor in Minecraft Evo Folge 2 diesmal quasi von den Geoguessor ist eigentlich auch ganz witzig weil es einfach Bock macht vor allem momentan ist ja die 10. Staffel vor ich glaube drei vier Wochen losgegangen ich suchte momentan täglich dutzende Videos ich kann es eigentlich immer kaum erwarten bis endlich wieder neues Hermicraft Video rauskommt momentan schaue ich so viele Leute ähm ich müsste die alle ich weiß gar nicht wie ich die alle aufzählen soll weil es ist echt krass also ich glaube ich schau fast fast zehn Leute an oder sowas also von Mambo, Grian, BWO, Iso, Xizuma Void, Gemini, 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 irgendwie sowas ähm ist geil ähm Fall Symmetry äh habe ich noch irgendeine äh genau ähm äh wie heißt da äh ZF schaue ich noch an jetzt sind wir bei neun komm das war noch das ist es äh Doc M Doc M habe ich jetzt auch wieder angefangen der hat ja die erste Folge von drei Stunden folge zwei war nicht war ja auch über ne Stunde also katastrophal also wie gesagt da kommen einige zusammen aber es macht halt momentan so Bock weil aus dem einfachen Grund die haben den 1,21 Staff schon enabled äh mit dem Crafter und so weiter ähm den Auto Crafter das geht leider halt in bestehenden Welten nicht das heißt man müsste eine neue Welt anfangen ich habe mal rumgefragt in die in die Gruppe bezüglich Hut Staffel 6 ja ich habe bei Hut Staffel 5 schon gesagt wer wird das eine sechste Staffel geben I don't know sag niemals nie Stand jetzt ist es aber so nein weil äh keiner so wirklich zieht äh Jojo sagt halt das übliche sie wird sich halt wieder in der FK Fischform bauen wie halt schon die anderen fünf Staffeln gefühlt ähm Ole hat keine Zeit Ri wäre grundsätzlich dabei äh hat jetzt aber auch nicht so das Ding bei Tui ist es so ja wenn die anderen machen dann macht er halt auch mit also es ist jetzt nicht wirklich so dass irgendjemand sagt jawohl jetzt geht's mal los vor allem habe ich auch Ri ähm gesagt oder darum gebeten sich um das Organisatorische zu kümmern sprich was wann wo wie wie ja weil das ja bei Staffel 5 äh ich gemacht habe und das deswegen ähm ja wie gesagt ist nichts weiter daraus äh rumgekommen um ehrlich zu sein war mir das irgendwie schon fast ein bisschen klar aber egal es ist wie es ist ich habe trotzdem meinen Spaß denn aktuell spiele ich Minecraft allerdings auf einer anderen Welt wann dann dazu Folgen kommen kann ich euch noch nicht sagen nächste Woche kommt nämlich ein anderes Let's Play statt Minecraft wir machen erst mal wieder Pause mit Minecraft und dann schauen wir dann weiter jetzt machen wir noch die Folgen hier oder die Folge hier werde ich äh Donnerstag Rocket League Episode 202 Bad Time klassisch nichts dramatisch einfach nur hinein mit dem Ding und dann haben wir noch den Freitag 35mm Let's Play ein Indie Game das müsste die vorletzte Episode sein Folge 11 ähm weil dann Folge 12 ist genau die letzte die kommt eben nächste Woche hin und dann geht's wieder weiter mit einem neuen Let's Play wo wir aber schon ähm die Vorgänger Let's Play haben da machen wir einfach nur den dritten Teil und somit quasi jetzt das ganze einmal fertig und dann ist auch die Sache im Kasten in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen das war's von mir wir sehen uns beim nächsten Mal macht's es gut Tschaußen